Wieso hast du das getan? Das waren wir nicht, Leo. Das war ganz allein das Böse. Aber es lässt sich vielleicht noch ungeschehen machen, wenn du dich uns anschließt. Du kannst beide retten? Ja, wir können jeden retten, Leo. Wenn du uns dabei hilfst. So mag es sein. Willkommen bei der Gefolgschaft. Und was geschieht jetzt? Heile sie! Das kann ich nicht. Sie sind tot. Doch, du kannst es, Leo. Du bist jetzt ein Avatar. Du hast die Macht in dir. Ja, du kannst es, Leo. Ja, du kannst es, Leo. Leo? Papa! Du bist zurück. Mann! Ich dachte, ich wäre... Tod? Wo hast du das her? Von dem Dämon, schätze ich. Was heißt das jetzt? Ist es vorbei? Ja. Ich habe dich noch nie auf diese Weise heilen sehen, Leo. Ist irgendwas mit dir passiert? Wie meinst du das? Ich hatte während deiner Vision das Gefühl, dass du dich quälst. Ja, etwas. Das war wahrscheinlich notwendig, um die Wahrheit zu erkennen. Ich kann nicht glauben.